Der Diabetes Typ 2 ist eine Blutzuckererhöhung, die sich in aller Regel mit zunehmendem Alter zunehmend häufig entwickelt. Das hängt ganz deutlich an unserer Lebensweise, an dem Ausmaß unseres Körpergewichtes, also je mehr Körpergewicht, je höher das Risiko, einen Diabetes zu entwickeln, aber auch Bewegungsmangel zum Beispiel und auch wieder die Tatsache, dass auch in der Bauchspeicheldrüse, wo das Insulin produziert wird, die Aktivität der Zellen im höheren Lebensalter dann doch nachlässt, auch einige Zellen absterben und nicht wieder so neu gebildet werden können vom Körper wie in jüngeren Jahren, sodass dann im Blut der Blutzuckerspiegel steigt. Man merkt es lange Zeit nicht und das ist genau das Gefährliche, weil wir heute, auch heute noch, trotz aller guten Behandlungsoptionen, sei es mit Medikamenten, die man als Tablette schluckt oder auch als Insulin in aller Regel dann spritzen muss unter die Haut, weiß man, dass die Diabetiker aufgrund von Gefäßproblemen, die sich entwickeln können mit vorzeitiger Verkalkung, häufig um zehn Jahre eine verkürzte Lebenszeit haben im Vergleich zum Nicht-Diabetiker.